Er ist hier! Feuer frei! Bis zur Hölle! Schnell! Hier entlang! Jack, deine Hände! Wir müssen weiter. Nein! Jack, du hast... was ist? Los! Hier lang! Weiter! Das war das erste Mal, dass sich meine Kräfte bemerkbar machten. Ein unkontrollierbarer Energieschub, der Will gerettet hat. Jack, weil du so nah am Impuls warst, muss er... muss er deine Verbindung mit dem Krononfeld verändert haben. Was ich da eben getan habe? Was zum Teufel ist hier los? Das versuche ich dir gerade zu erklären. Aber nicht so, dass ich es verstehe. Eine Explosion ist schlecht für die Zeit. Wenn die Zeit ein Ei ist, dann ist dieses Ei jetzt zerbrochen. Das Zeitei ist im Arsch. Was? Wieso geht es denn jetzt um Eier? Das Zeitei... In der Zeit ist ein Riss. Sie bricht auseinander. Und das führt zum Ende der Zeit und... Die Tür... Was? ...verschlossen. Ich habe keine Zugriffsrechte mehr. Das hat nichts gebracht. Geht zur Seite. Ich krieg sie schon auf. Will, da sind noch mehr. Versteck dich. Haltet die Augen auf. Könnte sein, dass sie hier entlang sind. Sie kommen. Hier rein. Ich habe Paul gewarnt, dass die Berechnungen falsch sind. Ich habe versucht, dich dazu zu bringen, mir zuzuhören. Indem du mir eine Waffe vor die Nase hältst? Ja, eine Waffe. Das anerkannte Symbol für Hals, Maul und hör mir zu. Wie immer ganz logisch. Du... Nein, Buster. Ich weiß nicht. Hier ist alles in Ordnung. Sicher, dass er nicht wieder rauf ins Labor ist? Vielleicht ist er zurück und hat versucht, mit dem Service-Leg zu... Das ergibt alles keinen Sinn. Wie? Warum bist du überhaupt hier? Das ist der Moment, deine größte Sorge? Du hast gar nicht dein Chaos in Ordnung zu bringen. Mein Chaos. Verstehst du überhaupt? Kümmer mich drum. Ich sehe da hinten überhaupt nichts. Vielleicht muss ich da hinterkriechen. Schei. Das ist... Ida-Team. Sichtkontakt. Ziel verlässt den Service-Lift. Du hast sie gehört. Los. Du kennst die Zusammenhänge überhaupt nicht, Jack. Du warst nicht hier. In sechs Jahren ist viel passiert. Hier geht es um mehr als uns. Nimm's nicht persönlich. Sie versuchen uns zu töten, Will. Das ist schon sehr persönlich. Glaub mir. Das letzte, was ich wollte, war, dich mit reinzuziehen. Es... Es tut mir leid. Es tut mir leid. Okay. Der Riss in der Zeit wird immer größer. Wir müssen etwas dagegen tun, bevor es zu spät ist. Wie? Als erstes müssen wir zu meinem Wagen. Mach du das mit der Tür. Will, runter! Oh Gott! Sie ist bewaffnet. Eröffne Feuer! Wir sitzen fest! Das habe ich auch schon bemerkt. Himmel! Los, los, los! Jack, du bist du in der Eröffnung! Will, bleib unten! Will, alles in Ordnung? Ich glaube schon. Aber Jack, das war... Ich weiß. Das ist völlig außer Kontrolle geraten. Ich habe schon mal eine Knarre benutzt. Ich war schon in brenzligen Situationen, aber ich wurde noch nie von professionellen Gangstern gejagt. Nee, kann ich nicht aufheben, anscheinend. Jetzt habe ich noch was zum Lesen. Lass uns hier verschwinden! Machen wir los. Paul war sich sicher, dass das Experiment funktionieren würde, dass die Zahlen richtig waren. Weil seine Spezialisten ein Haufen Vollidioten waren. Ihre Formeln haben diese Variablen nicht berücksichtigt. Du korrigierst jetzt die Formeln? Wenn sie das vorher gemacht hätten, wäre das nicht passiert. Das ist nicht gut. Überhaupt nicht gut. Da ist der Lift zur Lobby. Warte. Er kommt runter. Versteck dich! Nicht schon wieder. Los, 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 los. Das schaffst du. Das schaffst du. Wo sind die... Pass auf! Die Hütten treiben Monark in die Form. Monark? Warum zum Teufel schießt Monark auf uns? Weiß ich doch nicht! Hey! Dieses Mal ist es nicht meine Schuld! Die Zeit spielt wieder verrückt. Ach was! Wir müssen los! Raider-Team! Sind Jake und William Joyce in Gewahrsam? Hast du das gehört? Sie kennen unsere Namen. Sie wussten, dass wir hier sein würden. Sie sind hinter der Zeitmaschine hier. Der Lift. Er ist der einzige Weg hier raus. Dann mal los. Wir können nicht zu deinem Wagen. Monark könnte dort auf uns warten. Wir müssen, Jack. Es ist wichtig. Der Riss muss repariert werden. Ich... Ich muss... Wir müssen zu meinem Auto. Okay, also. Erklär mir das mal, Will. Die Zeit ist also zerbrochen. Gut. Und jetzt sagst du, dass wir das reparieren können? Theoretisch schon. Ich habe für so einen Fall etwas gebaut. Vor vielen Jahren. Aber es wird nicht einfach sein, die Gegenmaßnahme zu finden. Die Gegenmaßnahme? Was? Okay. Was ist? Vielleicht lassen sich die Türen noch öffnen. Ich versuch's mal. Äh. Oh! Will? Oh, scheiße. Schon wieder eingefroren. Irgendwie konnte ich mich darauf konzentrieren und Will aus seiner Starre lösen. Auch wenn die Welt noch eingefroren war. Anno... Anomalie! Sie hat recht. Mit dem Riss. Mit allem. Wenn die Anomalie kollabiert, sollten wir besser weg sein. Mit dem Riss. Oh, die können jetzt auf jeden Fall nicht schießen. Wo steht dein Wagen? Entwaffnen. Hier entlang. Entwaffnen. Dankeschön. Das Mädchen habe ich getroffen, als ich hier in Unterwitz war. Was machst du? Sie soll sich bewegen. Ja. Sie bleibt erstarrt. Es hat bei dir funktioniert. Warum funktioniert es bei den anderen nicht? Ich weiß es nicht. Vielleicht hat es etwas mit den Kronon-Partikeln zu tun. Schau sie dir an. Das ist eine verdammte Invasion. Was machen sie? Und warum? Sie schnappen sich alle. Alle Zeugen, die von ihren Unternehmungen wissen. Hey, du bist kein Polizist. Das war keine Bitte, Bewegung. Den Typen habe ich vorher schon gesehen. Er gehört zum Monarch-Einsatz. Vielleicht führte ihn sogar an. Armer Taxifahrer. Schien ein anständiger Kerl zu sein. Wir können durch den Versa zum Parkplatz gehen. Du sagtest, du wärst aber vorbereitet. Woher wusstest du, dass es passieren würde? Auf Wiedersehen. Es ist kompliziert. Ich erkläre es im Auto. Wir sind fast da. Der Wagen ist auch drüben. Durch diese Tür. Du solltest als Erster reingehen. Nur für den Fall. Okay. Malie ist kollabiert. Für den Moment. Oh nein, nein. Mein Wagen. Sie bewachen den Parkplatz. Oh Gott, das ist... Das ist... Okay, okay. Will, beruhige dich, okay? Ich kümmere mich darum. Ich... Ich werde mich durchkämpfen. Ich hole das Auto her. Bist du sicher, dass du das schaffst? Nein. Bist du sicher, dass du die Zeit retten kannst? Nein. Dann sind wir wohl quitt. Hier. Die Schlüssel. Hey Jack. Sei vorsichtig. Ja, okay. Werde ich. Wir versuchen es. Wir fahren den Zeitblick, mit denen du gegnern. Wir fahren Gegenstände aus, wenn du einen konstant betrachtet, wenn du dich bewegst. Okay? Was zur Hölle? Meine Kräfte wurden stärker. Ich konnte jetzt Dinge fühlen. Warnungen. Und auch Echos aus der Vergangenheit. Ich habe gerade Befehle von Monarch Actual erhalten. Da wir schon mal hier sind, sollen wir den Wagen von William Joyce finden. Gibt's ein Kennzeichen? Sie arbeiten dran. Wahrscheinlich irgendein Schwachsinn wie Xenon oder Neutron. Ich habe gerade Befehle von Monarch Actual. Ich sollte verdammt nochmal in Thailand sein. Sieben Parkplätze zur Auswahl und du musst das gehen hier nehmen. Okay, wo ist dein Auto, Will? Ich konnte ein Echo aus der Vergangenheit sehen. Wie Will in die Universität gekommen ist. Ich hoffe wirklich, ich bin nicht zu spät. Ich hoffe wirklich, ich bin nicht zu spät. Das... Ich sehe die Vergangenheit. Ich hoffe wirklich, ich bin nicht zu spät. Na bitte. Scheiße! Etwas hatte sich verändert. Ich konnte die Hand ausstrecken und die Zeit in einem bestimmten Bereich anhalten. Nenn von mir! Du weißt nicht, was du tust! Will! Oh, fuck! Sie kommen von da, wo ich Will zurückgelassen habe. Ich muss zu ihm. Das war schnell. Wenn ihr ihm was angetan habt! Ich kann es kontrollieren. Ich bin nicht zu ihm. 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 Was? Hölle! Wer gibt es nicht? Wie viele von diesen Arschlöchern gibt es hier? Planänderung. Scheiß auf das Auto. Ich muss zu Will. Er ist in Gefahr. Du bist Jack Joyce. Wo ist er? Wo ist mein Bruder? Sie bringen ihn in die Bibliothek. Vielleicht kannst du sie noch einholen. Warum hilfst du mir? Du hörst zu denen. Es ist nicht so einfach. Ich weiß nicht, ob du es schaffen wirst, aber du solltest dich beeilen. Das war das erste Mal, dass Sie Beth Wilder sahen? Ja. Aber sicher nicht das erste Mal, dass Sie mich sahen. Will. Will! 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 Keine Zeit zu vergeuden. Ich muss zu Will. Wo müssen wir denn jetzt zählen, verdammt? Ich muss zu Wilberforce zu spät ist. Soll ein William Joyce Leben fahren, wenn er sich nicht wehrt. Bitte! Lasst mich gehen! Ich kann! Halt die Fresse! Halt einfach die Klappe, okay? Der Boss will, dass wir ihn in die Bücherei bringen. Er will sich persönlich um ihn kümmern. Mhm. Fuck! 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 Scheiße! 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 Nein, nein, kann sich nicht bewegen! Nein, nein! Kannst du was machen, was du denn nicht willst? Aber nach! Du hast das so gewollt. Falsch gesichtet! Falsch gesichtet! Was zum Teufel ist da drin? Los! Wir gehen heu! Los, los, los! Er ist angegriffen! Ich muss zur Bibliothek. Da bringen sie ihn hin. Weiter geht's, Jack. Es macht keinen Sinn, das Arschloch in die Bibliothek zu schleifen. Der Lufttransport wurde bereits eingeseitert. Wir sollten schon weg sein. Lufttransport? Die Zeitmaschine. Ihr nehmt die Zeitmaschine? Hey! Ich sagte, halt die Fresse! Okay. Was? Sie hatten immer noch keine Ahnung, dass Wilder Ihnen half? Sie war nicht die Einzige. Auf dem ganzen verdammten Campus sind die Lichter aus. Jemand hat den Strom ausgeschaltet. Das sollte eine Geheimoperation werden. Wir haben, was wir wollten. Ah. Warten wir mal den Shitstorm der Medien danach ab. Hey! Die kümmern sich drum. Hast du nicht den Chef gehört? Der Notfallplan wurde eingeleitet. Wir erledigen, was wir angefangen haben und treffen uns dann an den Trockendocs. Ganz einfach. Haben wir ein Problem damit? Wir haben ein großes Zeug! Wir müssen ihn noch gehen! Ich bin noch ein Problem damit. Ich bin lebt! Ich bin lebt! Okay, ich muss zur Bibliothek. Großkaliberpistole. Keine Zeit zu vergeuden, ich muss zur... Bringen Sie mich hier hin! Es ist eine Bibliothek. Ich muss ein paar verdammte Bücher zurückgeben. HQ, wir haben William Joyce in die Bibliothek gebracht. Erwarten Befehle, Ende. Will, Sie haben ihn zur Bibliothek gebracht. Ich muss einen Weg nach drinnen finden, und zwar schnell. Es muss einen anderen Weg hineingeben. War ja auch zu einfach. Wo kam das her? Könnte ein Weg nach oben sein. Komm schon, dafür ist keine Zeit. Irgendwie muss ich das Teil verlangsamen. Volltreffer. Ah, cool. Air Lift Prime. Haben den Kander-Typ-Maschinen und zu leften Weg. Hey! Hände hoch! Was zum Teufel ist hier los? Das würde ich auch gar mal wissen. Was zum Teufel ist hier los? Was zum Teufel ist hier los? Wir haben William Joyce in die Bibliothek gebracht. Erwarten Befehle. Was ist hier ab? Ich frag mich, wo der Bruder ist. Wartet mit einem Notrupp auf die Ankunft von Moloch Actual. Alle anderen sollen sich bei den Truppen-Docs an der Kronon-Gewinnungsanlage sammeln. Wartet dort auf weitere Befehle. Die Bibliothek fliegt in fünf Minuten in die Luft. Die Bibliothek fliegt in die Luft? Jetzt? Nein, in fünf Minuten. Feind gesichtet! Okay... Wo steckst du? Jack, lauf! 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 Bist du okay? Definiere okay. Dir geht's gut. Es gibt da einen Haufen neuerkranker Scheiße, die du mir erklären musst. Hol mich zuerst hier raus. Wir müssen uns beeilen. Wo ist mein Auto? Die Farbe hat mir nicht gefallen. Holen wir uns ein neues. Was? Nein, Jack. Ich brauche meine... Warte kurz. Meine Aktentasche war in dem Auto. Ich kaufe dir eine neue. Ist doch nur eine verdammte Aktentasche. In der Tasche ist aber was, das ich brauche, um den Riss aufzuhalten. Und das konntest du mir nicht früher sagen? Ich war damit beschäftigt, entführt zu werden. Ja? Nun, ich kann dich immer noch hier lassen. Warum schießen die immer noch? Die wollten uns doch lebendig. Scheinen ihre Meinung geändert zu haben. Ich schaffst es nur, am Leben zu bleiben. Das gehört zu der kranken Scheiße, die du mir erklären musst. Hast du Theorien zur Fähigkeit, die Zeit zu manipulieren? Nein. Dann wird's aber Zeit für eine. Ein bisschen Hilfe? Wir müssen meine Aktentasche holen. Und dann Beth Wilder finden. Warum? Wer ist das? Sie weiß vom Riss. Ich vertraue ihr. Schön, dass du jemandem vertraust. So einfach ist es nicht, Jack. Ich hab dich nicht in alles eingeweiht, um dich zu beschützen. Beschützen? Schau dich, Jumur. Sieh nur, wie beschützt wir sind. Das ist nicht meine Schuld. Beth hat mich davor gewarnt. Ich habe alles unternommen, um es aufzuhalten. Du hast mir nie etwas gesagt. Nichts. Ich konnte nicht... Wie lange weißt du's schon? Für sowas haben wir jetzt keine Zeit, Jack. Wir brauchen diese Aktentasche. Also, ich dachte, diesmal macht er wieder die Tür noch auf. Na los, bevor hier noch mehr von denen auftauchen. Jack! Jack, ihr müsst los. Warte. Tut mir leid, Jack. Nein! Paul, was ist mit dir? Was tust du da? Nur, was nötig ist. Denk nach. Du weißt nicht, was auf dem Spiel steht. Ich weiß genau, was auf dem Spiel steht. Deshalb bin ich hier. Ich gebe dir eine Chance, dich anders zu entscheiden. Dieser Pfad ist vorbestimmt. Lässt sich nicht ändern. Vergangenheit, Zukunft. Ich hab's gesehen. Ich hab's erlebt. 17 Jahre lang. 17 Jahre. Das warst du. Das erste Experiment. Geh mit mir und wir stehen das durch. Oder klammer dich an deine Hoffnung und geh dabei drauf. Hör zu. Ich hab ein Gerät. Ich kann das aufhalten. Wirklich. Kannst du nicht. Das ist Wahnsinn. Es schadet nicht, es zu versuchen. Tut es doch. Und deshalb kann ich deinen Widerstand nicht dulden, Will. Das hier muss wirklich nicht so enden. Wir können das nicht zulassen. Ich werde niemals aufgeben. Es dauerte Jahre, bis ich verstand, was zu tun war. Aber die haben wir nicht mehr. Warte. 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 Sie gehen nirgendwo hin. Warte. 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 Vielen Dank.